Ich bin ein Prämier-Schüler, die im Prämier-Gemätsstudium stattdessen sind und mit dem 83 sind. Ich bin ein Kronststudierer, ich bin ein Mätrise der Plastik zu Strasbourg. Ich bin ein Parallel im Universitätsstudium, gemäht am Kino und am Audiovisuellen. Ich bin auch Formateur auf der Ecole Nationale Supérieure der Physik zu Strasbourg. Ich bin auch in der Infografie von Engelmissen. Ich habe noch mehr gefragt, dass ich hier ein Prämier-Gemätsstudium habe. Ein Prämier-Gemätsstudium, ein Prämier-Gemätsstudium und ein Bios-Professor in der Mäerschaft, auch in der Mäerschaft und in der Mäerschaft. Sonst fährt es länger nicht dort. Ich habe den Patrick oft gefragt, ob er nach dem Weg zu der Hutsch. Das ist einfach nicht evident, dass er nach dem Weg zu der Hutsch ist. Ich kann es direkt als ein Lisset, wenn er nach dem Weg zu der Hutsch. Ich hoffe, dass ich alles fertig bin. Das ist perfekt. Wir haben noch ein bisschen geschwärts, wen die Landschaften kennen und die realen sind. Die Landschaften sind alle realen. Und dann geht es mir auf. Ich schaue die Realität. Ich schaue die Realität. Dann möchte ich eine Dekonstruktion der Realität und eine Re-Konstruktion für die Hutsch zu machen. Ich gebe es nicht mehr so. Ich habe mir das ganz flott an. Es ist ein kleiner Reklamm, wenn er wirklich interessiert. Patrick Safer hat er immer auf die Seite. Patrick Safer kann kommen. Ich habe den Film geguckt. Er hat alles drauf. Ich habe mir das Gefühl, ob er sich ansehen wird. Es wird ein Resümee für sich gewirkt. Ob es wirklich ganz interessant ist. Wie wäre es so? Ich würde auch noch ein paar Sachen sagen. Ich würde auch noch ein paar Sachen sagen. Ich würde auch noch die Kunstausstellung machen. Ich würde auch den Herrn Lucien Thildo für vielen Dank machen. Weil die Idee von der Ausstellung hier nicht sehen können, dass er die Arbeit wieder weiter zu machen. Danke. Die nächste Ausstellung, Herr Noah, war die Ausstellung von unseren Künstlern, jungen Künstlern und Artisten von aller Klasse. Dann könnte er auch nach einer Fotografen-Austellung am November und am Dezember noch sogar eine Mathematik-Austellung machen. Ich würde auch kurz einen Reklamm machen für den 1. und 2. Jahrhundert, die noch einen März eine Ausstellung an der Kufel machen. Ich möchte mich schon lange genug gespürt. Ich geflogen, dass vorher zwei Jahre gehen und Thierry Lux als ich. Nein, nicht. Und die Paprika hat dann direkt. Danke. Wir haben so eine Kürze. So ein Schwerze. Oder so ein Schwerze. 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 So ein Schwerze mit Schwerze. Ich bin froh, dass Sie vielleicht kommen sind und dann, wenn Sie ein Reik von Landschaftsmolereien und Zächern im Heister Gehirn rund um Zauber, da lernt er sich dann aber auch von einem Wissen wie man weiß. Wird das nicht mir nur so? wie bei der Weitsch, neben dem Süden von Frankreich. In dem von den Zeichen sind eine Reihe von klassischen Recherchen, die dazu beigetragen und mit großen Projekten zu realisieren. Den erkennt man an der wirklichsten Gemengen, an der Hochzeits- bzw. Gemengen, zur zugeborenen Wanderwalt. Wie wird heute das nach überhaupt 10 Stunden geholen? Und dann noch nach so hohes Themen wie Landschaften, die in all der mit viel mehr spannenden, teilweise schrecklichen und brutalen Bilder als digitale Bilder konfrontiert. Aber wenn ich denke, kommt der Partie, geht die allgemeine Agitation aus, die auch Informationen, die extrem flüchtig sind, nicht nur vom informationellen Inhalt, sondern auch von der Relativität des Medien selbst. die Menschen, die sich hier mit der Richtung beenden, die Menschen, die sich hier mit der Welt befinden. Aber noch nicht in der Nähe der Schweiz, wie ein Messer für die kommende Generationen, sondern die besseren, gar nicht in der Zeit. Wir können auch über dieses Jahr nach der Kuhkirche, Der Bild ist im Umfang von 16. Jahrhundert, zwischen 15. Jahr 3 und 15. Jahr 16. gemalt. Wie Monalisa zum Beispiel, wird die Saudi verliebt an der Kanin direkt ohne die Erschenfelschölle für den Gucken. Das ist nicht ganz lang, kein ganz. Außerdem ist es beruhigend, einfach in eine Landschaft oder auch in die Landschaft zu gucken. Es tut eine positive Auswirkung, aber es ist nicht mit. Und es ist ein guter Ausgleich, weil den Überfluss von negativen Nachrichten konstant belästert. So wie Schwarzoliken bei den Bedrohenden wieder in der Nivelle fortkommen. Nun, wer kennt, dass ich eine Tierstelle, von dem ich in der Böse gesagt habe, so gestalten kann, dass ich nicht nur ein Dorern an sich probiere, auszudrücken, sondern von sich nur für die Arme etwas auszudrücken. Und durch die Farben nach oben, ein idealer Team für einen Moment von dieser Zeit, an der wir hier werden, festzuhalten. Ein Moment, wo eine abgedrehte Gesellschaft nicht mehr rund um sich guckt, mehr andauernd in einer nach nicht existierenden Zukunft für unsere Schienen lebt. Dafür gebe ich euch vier Schuhe, ihr so einen Moment Zeit zu hören und ein bisschen gucken, wie ein ärmerer Blick als im Gegenstand ein kann, einmal ihr Schienen lebt vermerken. Das ist schon ein ganz großes Merci in den Thierry Lutz. Weil, hier bin ich gefragt, dass ich den Kien und das ganz gut gemacht habe, dass wir nicht für dich, um eine Scholl-Lehrstellung für konstig und effektiv, auch für die Schüler zu bringen. Aber ich muss mir schon ein bisschen zu überreden gehen, weil das ist wunderbar. Und dann, auch der Direktor, wo ich für uns Merci soll, das war wirklich ein ganz herzlichen Kampf, ein ganz wahren und ein ganz freundlicher. Ich wollte den Direktor, Pascal Berg, Merci soll wieder teilen. Und ich wollte auch erinnern von dir, und nehme ich den, in dem ganz wichtigen, den du hast gemerkt, heute Top-Penker, nehme ich den, ich will den Heuer aus dem Karl-Hein-Dreiling, der könnte mir da geschätzt sein. Und natürlich, ich meine es gut gemacht, hängt doch noch alles drauf. Ich habe Respekt. Zunächst, du für den Fumos, vielen Dank für den Freude. Du so schrätzle, individuell kommst du noch, ich will ganz viel an sein schrätzle. Merci. Applaus Wenn die Soutes vor, ich möchte mich, die Soutes oder mein Graf, Merci den Thierry Lutz, für sein Engagement, immer als Artisten zu kontaktieren, bei ihr haben zu können. Und den Fotografen, immer Merci den Christian Schaak, immer dort als Fotografen, für Fotografen zu machen. Und dem Ulzischkanal, Merci, weil die es nicht mehr einfällt, für das ganze Kofferieren. Es ist auch noch der Presse, der Herr Wolf, die da immer hin, dann können wir alle, das heißt, dass man kein Werner, das heißt, wenn man in der Direktion sieht, wohin das durch, die muss Merci. Und das ist natürlich auch die große Merciung, die Kipp vom Sekretariat, wir sind immer hier, alle drei nach, eine Hilfe für die Kipp von Servicetechnik, immer mal ein Dreilin, vier Top hängen, das war nicht zu einfach, weil sie hat sich noch alles hängen, aber das ist ein Artist, und dann mussten sie noch eigentlich alles hängen. Und noch, natürlich, da logisch, mit dem Ronald Reif, die als Nori Pato, haben noch Freire, und noch, um einen kleinen Panheimateluten zu haben, mit den Konzerts und Strukturen, wo sie selber hinzukommen, dann werden sie weg. Große Merci, Heimatabwehr, wir tauschen dann auf, Sie haben so, und das steht auch schon, das Datum, so, bis zum 27. Bis zum 27. April, ich gebe euch herzlich, herzlich zu uns, ein großes Teil, aber an der Ferse, jetzt wieder herzlich, auf die 3. Jahrzehnte, und am Ende, vom Kul-Web-O-Band. Merci. Vielen Dank.